dein leben ist vorbei die waffen die bringe ein mehr selber leute wir haben die game geholt und ja der spielt so nicht wir haben uns jetzt ein bisschen gegenseitig aufs maul und ich habe nichts passiert denn ja ich bin ich habe gewonnen ich muss dann auch okay habe ich auch warte 50 habe ich gemacht musik habe ich noch leiser weil jetzt die erste richtige runde ich bin doch gut einfach in den gelben alle wollen dass das weg ist ich komme gleich ich weiß nicht wie man wegkommt immer sterben bitte gehen mal du weg jetzt da gibt es schwer dass mein ding glaube ich ja sag ich doch wer hat sich das gesicht wie du hast ein spiel gewonnen dein leben ist vorbei nein nein die waffen die bringe ein mehr selber ich muss sich was passiert ich doch nicht immer scheiße warten sind völlig über und da was was ich will nicht mit dem spiel ist auch da muss auch passen da muss auch was ja pass mal auf ich hab's dir gesagt macht warum habe ich gewonnen weil sie alle wussten das schon ich habe einfach nur habe ich so nicht erwartet also wirklich so gar nicht ja dass mich ausgeträchtig ja gut gespielt muss auch mal sagen hier ist ein bisschen blutig muss aufpassen aggressiver typ das ist viel zu aggressiv erst mal auspacken und ins gesicht nein noch nicht immer ins gesicht einfach warten dass ich ja warum bringt was lernt er daraus kinder nicht mit waffen spielen ja gut er war schon gut ich kann das auch die weg da muss aufpassen erinnere ich den anderen nein warte ich komme wieder ja schon mit der pistole auf sich gewaltt kein problem schon gesehen ins gesicht ja nicht du bist doch völlig gemeingefährlich bist du da bin ich wieder ich habe mich das gewonnen weil der rückstoß von den alles gefährlich aus hier da musst du aufpassen hast du schon wieder ach so ich dachte ich bin schon gestorben ich bin natürlich auch immer die idee der gewinner ist immer die schriftfarbe die gleich schriftfarbe der mann gewinnersatz und wenn die farbezeit denn jeder unter schriftfarbe ist was soll das denn schütter mit dir nicht das sind was was jetzt wird niemand war gut glaube ich ja 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 alles kaputt das habe ich jetzt nicht erwartet aggressiver typ gesagt wir alles kaputt kann natürlich umgehen eine erfahrung ist hier hast du gemacht etwa ins verderben geschossen als das spiel endet ich glaube auch er macht wieder er kommt ich habe einen erfolg bekommen geht von 6 ich habe ein laser schwer gehabt man muss mich ja ich pass auf nein ich will schau schick im land ist aber auch viel mehr möglichkeit ich kann das mit dem schieß noch nicht wenn ich mich bewegt dann zieht sich von mehr oder weniger automatisch halbwegs erläutung bringt er an den armen herum zu probeln der redschotts habe ich gekriegt ich bin ich doch er macht wieder so ist aber komplette miete weg klar nein ruhig dich schießen oder so ich bin ich selber weg geschossen es ist keine gute idee herum zu schießen ja klar war gut geschossen muss das werden ernst also dass wenn ihr die stadt gemacht hätte vorsichtig guckt doch mal nach beheißer ist ja warte nein warum kannst du sachen ich kann nix ich habe gesagt warum hast du denn immer ja wenn du spürst können wir auch mal denn mit welcher tasche ich oben mit vier und l2 ist schuld und ich glaube mehr dass wir nicht um die klatschen springen so genau wie schießen halt ob wir dann wappers schießen halt damit 99 einfach schon später später zu schießen wir nehmen da doch mal kurz ja habe ich okay danke ja krieg ist hier muss aufpassen ne pas auf krieg ok warum hast du denn jetzt geboren hast du ja weil du gestorben bist aber warum explodiert ist vielleicht was auch was tritt durch da mir auch nicht gerechnet dazu aus weil ich wollte zum austesten aber noch nie an mir auch an wen sonst nein ich komme nicht abarscht ich eskaliert das tötet menschen ja das spiel immer das ist unser leben hey pass auf die erde geht unter ja ich pass auf das ist auch immer hier um das hatte ich dachte wir hintergrund deko wo ist es auch nicht immer da hingelaufen er beim ersten mal wusste ich aber dann habe ich gesehen hat man darauf ging ich habe so lange geschossen bis ich weg war ich habe so lange geschossen bis ich weg war habe ich gemerkt wie machst du das mit nachkampf kann man das umgehen wenn da noch dran ist ich habe getroffen ich habe das hier bringen ich auch aber das war alles andere dass wir einstellen alle hast du einstellen ich habe gar nicht eingestellt ich habe gar nicht ich gehe da noch so lange auf mit shot ich will dass du bist am arsch und jetzt hier bin ich hierhin ich komme so kann man das wusste ich nicht was man machen kann ja genau warum ins gesicht getreten ja so scheiße vorsichtig nämlich die ich habe sie gesagt die kann ich jetzt muss noch reichen reicht gar nichts ich weiß auch nicht so ein ja siehst du genau so was passiert jetzt aber in doch ich habe gesagt denn auch jetzt das menschen ja auch das sehen es war ein unfall weihnachten dankeschön das ja auch hier ein geschenk an den schenken aus dem bild überflüge einfach barter geschenke von der bösen tante oder so hatte ich noch mal kurz war nicht du hieriger sohn um dich jetzt schießt er sich wieder in die luft siehst du so ich habe das hier ja mache ich doch da war selber so mehr so war nur skill um so ich war blau ich habe von dem geld kommt jetzt die waffen das kann ich nicht auch alleine ja nicht mal so ist ja da kommen geschenkt sehr gut wir müssen noch mal eben hier ein bisschen lösen das problem vor sich ja wie zock ist die gefahr beseitigt die okuma haben wir vergessen ich kann nicht behauen ne mein geschenk ist weg du hast schon 1 gewick alle nicht das das gibt ehrlich wie was aus es braucht bitte kommen das ist schön mal geht das spiel und den punktestand irgendwie sehen oder interessant ja natürlich gewonnen weil ich heute gleich nicht nicht gesprochen ja nix auch alle sagen das ist richtig alles anders macht doch nicht du bist viel zu aggressiv immer gott mich auch an aber ich habe gewonnen aber ich habe gewonnen ja